Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Es kommt immer mal wieder die Frage, wie man sein Depotbestand oder sein Verrechnungskonto über Smartphone oder Tablet bei Smartbroker überprüfen kann. Es gibt Stand aktuell Januar 2021 leider noch keine Trading-App für Smartbroker und auch keine Mobile-App in dem Sinne. Deshalb möchte ich euch heute mal so ein kleines Workaround vorstellen. Einfach, wo ihr dann euren Depotbestand überprüfen könnt, um nachzuschauen, wie ist aktuell der Kurs oder ist zum Beispiel schon mal Geld eingegangen auf eurem Verrechnungskonto oder aber halt auch, gab es eine Dividendenausschüttung. Ich würde aber auch gleich sagen, viel mehr könnt ihr mit dieser App wirklich nicht machen. Also ihr könnt keine Dokumente abrufen, ihr könnt kein Trading betreiben. Also es ist wirklich nur zum Überprüfen. Es gibt ja wirklich viele, die am Tag unbedingt müssen 20 mal ins Depot schauen und ich weiß auch nicht, wie lange diese App funktioniert oder diese Zugangsmöglichkeit. Und zwar es gibt von der DAB Bank eine App, die nennt sich DAB B2B Endkunden. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS, also sprich für iPhone. Ich habe sie jetzt bei mir auf meinem Galaxy S20 installiert und will euch das mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr diese App installiert habt, benutzt ihr eure Logindaten, wie ihr sie ganz normal zum Login bei Smartbroker benutzt. Ihr könnt dann in der App, könnt ihr auch auswählen, ob ihr immer wieder diese Logindaten eingeben wollt oder falls euer Mobilfunkgerät das unterstützt, den biometrischen Fingerabdruck verwendet oder die Gesichtserkennung. Also so sieht das Ganze dann aus. Ich starte die App, dann kommt der biometrische Fingerabdruck und dann lädt er die Finanzdaten und schon bin ich in meinem Smartbroker Depot. Man sieht halt hier den Depotwert, das Verrechnungskonto. Hier kann man dann halt auch die Umsätze schauen, sieht man alles soweit. Hier gab es eine Dividendenausschüttung, also das funktioniert alles einwandfrei. Und wenn man jetzt ins Depot schaut und es ist halt wirklich aber auch nur schauen, es ist jetzt nicht kein bisschen irgendwie was, das man machen kann, kann ich zum Beispiel hier ist Simon Property Group, kann ich dann auch anklicken, dann sieht man halt Einstandskurs, Einstandswert, aktueller Kurs, gleich der Hinweis, falls bei euch noch irgendein Einstandskurs falsch ist bei Smartbroker, der ist auch dann in dieser App falsch, nur schon mal als Hinweis. Und es ist ein kleines Tool, eine kleine Hilfe zum Überbrücken, bis es endlich eine richtige App für das Handy gibt. Wie gesagt, es ist angekündigt, viele Menschen warten darauf. Es wäre schön, wenn es das gibt, damit auch diese Baustelle geschlossen wird. Aber es ist, wie ich es halt auch sag, einfach eine kleine Hilfe, ein kleines Workaround. Deshalb heute auch mal ein kurzes Video. Falls noch Fragen zu der App sind, gerne in die Kommentare. Ich werde die Links sowohl für die Android App als auch für die App im App Store, werde ich die Links, werde ich unten in die Videobeschreibung setzen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch hinterlassen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, bis dann. Ciao.